Strahlend weiß erhebt sich die Kuppel der Sternwarte über den Gemüsefeldern von St. Ottilien. Aber nicht etwa, um auf sich aufmerksam zu machen. Das weiße Material soll das Sonnenlicht reflektieren und so dafür sorgen, dass die Temperatur in der Sternwarte nicht höher ist als außerhalb, erklärt Hans Reinhardt seinen Schülern. Das ist wichtig, denn sonst würde Kondenswasser entstehen. Und das kann beim Sternebeobachten wirklich kein Mensch gebrauchen. Aber bevor der Blick zum Himmel geht, muss die Gruppe zuerst Theorie pauken. Und schon da entstehen erste Fragen. Man kommt beim Astronomieunterricht halt sehr schnell, auch bei den Älteren, vor allen Dingen in Astrophysik, auf die Frage, die wurde immer wieder gestellt, sagen sie mal, glauben Sie an Gott? Denn das, was man da sieht, ist ja ungeheuerlich. Wo ist da noch Gott? Und ich weiß, meine Antwort war damals so spontan wie auch bei anderen Kollegen. Ja, gerade deswegen. Da sehe ich keinen Ausweg mehr, wenn ich das mir anschaue. Da kann man nicht anders tun, als dann einfach in sich gehen und sagen, da muss was dahinter stecken. Und solche Fragen stehen eben auch im Raum bei den jungen Leuten. Und ich glaube, das ist auch interessant, gerade für die Mittelstufe und für die gehobene Mittelstufe, dann da mal nachzuschauen. Vor über zwei Jahren hatte der 74-Jährige die Idee, die Theorie mit einer ordentlichen Portion Praxis zu bereichern. So solle die Sternwarte den Schülern vor Augen führen, dass Physik nicht nur Formeln sind, sondern dass dahinter die Beobachtung der Natur steht. Und schließlich waren auch die Voraussetzungen in St. Ottilien ideal. Das Gelände liegt weit ab von den Nachbarorten, es stören also weder Licht noch Straßenverkehr die Beobachtungen. Dass hier Astronomie und Klosterleben aufeinandertreffen, war nie ein Widerspruch. Die Astronomie, das ist eigentlich eine der ersten Wissenschaften überhaupt. Und große Theologen haben sich auch mit Astronomie beschäftigt. Also beispielsweise die Urknalltheorie wurde von einem Theologen entwickelt. Und ich denke, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist auch die grundlegende Frage der Theologie. Und das ist nur natürlich, dass man sich da auch mit naturwissenschaftlichen Fragen auseinandersetzt. So diesen Gegensatz, der ist eigentlich erst jetzt, also dass man da versucht, einen Gegensatz zu konstruieren, das ist erst in der Neuzeit so entstanden. Für die Schüler geht es jetzt langsam ans Eingemachte. Richtig kuschelig ist es hier in der Sternwarte und hochinteressant. Das 12-Zoll-Teleskop wurde auf einer speziellen Säule montiert und exakt nach der Erdachse ausgerichtet. Ein kleiner Motor sorgt dafür, dass es stets der Erdrotation angepasst wird. Einfach die Koordinaten eingetippt und schon macht sich das Teleskop auf die Suche nach dem gewünschten Objekt. Ich finde es gut, dass die Schule so etwas anbietet oder das herein hat. Und sowas gab es ja noch nicht. Und da lernt man die Welt auch besser kennen. Es ist schon eigentlich ein tolles Gefühl, wenn man dann Sterne sieht, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht oder die andere gar nicht sehen. Ich wollte auch schon immer mal wissen, wie die Sterne und so weiter immer vom Nahen ausschauen. Also Mond und unsere Sternbilder auch. Wir sind ja weltoffen und es ist ja wie gesagt interessant und wir sind ja hier, um zu lernen und nicht um nach festgefahrenen Regeln zu handeln. Ich finde es einfach interessant, weil man ein bisschen weiß, was so über einem hängt und sich da ein bisschen auskennt. Und dadurch, dass es ja so ein Workshop ist, ist es total entspannt, da zu lernen, weil einfach nicht dieser Schuldruck drin ist und dann macht das echt Spaß. So, nun aber genug der Theorie. Jetzt müssen die Schüler nur noch warten, bis sich der Himmel verdunkelt und ihnen dann die ganze Pracht der Galaxie eröffnet. Bis zum nächsten Mal.